Leute, Bremse los! Tourstart! Yeah, es geht los! Freunde, Bensheim, Musiktheater Rex, Heldmaschine, Flächenbrandtour. Heute geht's los, Tour aufteilen. Einen wunderschönen guten Tag, Heldmaschine packt aus. Margot, Flächenbrandtour. Ja, geil, ey. Mega! Das ist schon cool. Gewitter! Gewitter! Dirk, hast du Magellack dabei? Ich hab hier für euch die Martina, das ist die Besitzerin vom Musiktheater Rex. Euer Tourstart, ich freu mich auf einen geilen Abend. Flächenbrandtour. Yippie, yippie. Erst ein Gig heute Abend in Bensheim. Wir freuen uns megamäßig. Sind ein bisschen aufgeregt vielleicht, wenn auch alles klappt. Ja. Aber, was soll ich sagen? Ich freu mich tierisch. Bei Versus Goliath gibt's Mischpulte im Handy. Ich bin Wasser in Bensheim. Und ich hab hier den Markus, das ist mein Projekt. Und ich hab hier den Markus. Alles neu, neue Lichter, ein bisschen was von Ton neu, neue Songs, mein Tobi. Ganz alter Tobi. Neue Show. Neue Show, wir freuen uns. Tourstart. Wir haben viel gebastelt, vor allem du hast viel gebastelt. Und der Nico. Nico hat auch viel gebastelt, um euch eine coole neue Show zu präsentieren. Wir sind gespannt, wie sie ankommt bei euch. Sehr. Also bitte, habt gefallen. Das war der ganze Scheiß umsonst. Genau, also schreibt gefälligst in die Kommentare, dass es geil war. Jetzt gucken wir mal, ob schon Leute da sind. So, das sind schon Leute. Wollt ihr mal ein bisschen Stimmung machen hier? Mit dir will ich untergehen. Mit dir will ich untergehen. Mit dir will ich untergehen. Ich hat die Beste, die Beste, die Beste jagt mich. Sie leist mich mit. Die Beste bin ich untergehen. Die Beste bin ich untergehen. Ich bin untergehen. Die Beste bin ich untergehen. Mit dir will ich untergehen. Mit dir will ich untergehen. Ich bin untergehen. Ich bin untergehen. Das ist genial! Ich habe zwar nichts verstanden aber...